moin leute ich bin wieder unterwegs mit meiner 1250 gs und wir haben herbst und wir haben die saisonabschlussfahrt vom acm gerde das video vom saisonbeginn das habe ich ja bei mir auf dem kanal schon drin jetzt sind wir beim saisonende die motorrad saison 2021 geht vorbei und der acm gerde lädt noch mal ein und wir sind dem ruf noch mal gefolgt und wollen noch mal mit fahren wir schauen mal was da so los ist das wetter ist nicht ganz so toll das ist zwar trocken um die zehn grad rum haben wir aber könnte ein bisschen wärmer sein aber ja man zieht sich dementsprechend an und alles ist gut ich wünsche euch viel spaß beim anschauen wir sehen uns wieder nach dem intro bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Please come back Death so trash, my flesh Death so trash, my flesh Please come back Death so trash, my flesh Death so trash My flesh Please come back Death so trash, my flesh Please come back Death so trash Death so trash, my flesh Please come back Death so trash, my flesh Death so trash Death so trash Death so trash, my flesh My flesh My flesh My flesh My flesh Please come back Death so trash 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 Das war's für heute. 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 Yo, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.